ladies and gentlemen herzlich willkommen zu einem neuen let's play wir spielen warm's rumble mit dabei der blind spectator und wir haben keine ahnung wie das funktioniert und es gibt leider kein richtiges matchmaking lobby mäßig gegner und das bist du oder ich sehe noch niemand gemacht gemacht ich finde hier gerade erst mal so loot boxen man kann wohl auch rollen habe ich gerade gesehen ich habe was gehört oder wo seid ihr denn ja ich höre schütze dafür sei mal auch sturmgewehr tauschen wir dagegen energy drink geil ich glaube in energy drink heißt ich da unten war ein gegner man kann auch sowohl jumps machen du musst nicht mal zu anderen mauer springen sondern du kannst einfach an der selben die ganze zeit hoch springen ich wünsche das gleich sehen klar was auch ich bin gestorben das war ein kurzes match so wie kann ich denn noch zuschauen da gucken wir den blind spectator zu der gerade dick im kampf ist nein ich hatte den fast sehr sehr schade space für respawn ja geil wieder dabei ich bin nicht so gesund unterwegs aber man heilt sich dann mit der zeit mit geht auch hat er mir gerade ah nee da ist er noch ich habe einen gekillt ja sehr geil geht es hätte danke nein komm schon bisschen wall jump hier jawohl nutze seilrutsche alles klar ich muss sagen die server sind echt leer wir haben hier momentan sechs leute drauf darum finde ich gut wie niemanden gerade bei so einer riesigen map man kann hier sogar in die schächte rein und sowas bin ich auch gerade eben gewesen aber dann müsste ich ja wissen wo du bist kommen gibt mehrere schlechte auf der map machen wir einen jacken specks showdown ich habe einen gekillt aber der hat mich auch gekillt es gibt noch keine richtige todesanimation so wie das aussieht ich weiß es nicht man sieht zumindest niemanden das ist voll doof man steht dann immer nur so ein bisschen geschockt da wenn man drauf geht also ich habe gerade so eine zip line benutzt und direkt so respawn jetzt wo ich auch noch weiß dass man respawn kann ist das alles schon mal viel besser team 17 hatte ja versprochen ein worms spiele wie es nie zuvor eins gab und ja das ist neu aber naja es ist doch eine beta und anscheinend machen echt nicht viele menschen mit bei dieser beta und das matchmaking funktioniert teils null man kann ja nicht nachschauen das erklärt warum es halt auch immer leerer wird ne und wenn die gehen und dann ouch ah ich sehe dich gerade allerdings nur auf ich bin tot ach so was soll ich sagen du bist eine banane alter ich bin hier gerade in so einem raketen stützpunkt ja den kenne ich der ist in der mittelkarte unten stirbt wenn du rechts krieg drückt dann holst du auch den baseballschläger aus von nahkampfang griffen eine holi alter das selber hat mich einfach weg gemacht ich fliege mal mit der rakete weg ich gucke mal neue etage die rakete ist einfach los geflogen aber ich habe das schon mal wichtig ich habe aber nur schielt könnte man müssen was gebrauchen so gucken wo wir den nächsten können und mit dem nächsten meine ich natürlich unser nächstes opfer also ich glaube ich muss mal den controller machen wir auf meinen tisch rum jedes mal wenn ich schieße packt er das ist so also ich sag gescheiß hier momentan richtig hart rein ach kommen jetzt nervt mich doch nicht hier dummes kabel ich will die ganze zeit angeschlossen die schlossen angeschlossen nicht angeschlossen und loses kabel hier dabei ist kann man auch rennen man kann rollen wie geht es mit schiff und dadurch kriege ich energie wieder ne du kriegst energie wieder wenn du die zeit lang kein damage nimmst habe ich den weg gemacht den jack ja da habe ich leider kein land mehr gesehen dass er übel wie hast du denn das alles überleben können ich habe doch mehrfach getroffen ich habe sicher auch mehrfach getroffen und du hast die erste angriffe überlebt ja den ersten angriff die bazooka hat schon sehr hohes selbstverletzungspotenzial so fuck ich bin tot ah ok jetzt weiß ich wie man energy drinks benutzt mit kuh ne ja und die machen dir schild ach die machen schild ok alles klar genau ich hatte nämlich kein schild gehabt ich auch nicht ich dachte ich dachte die machen in lebensenergie obwohl es medikids gibt ich dachte jetzt macht einfach beides lebensenergie ja ich kann nur zwei mitnehmen das ist schade ich hätte gerne mehr als zwei bananenbomben dabei gehabt so ok aber dass das rollen verbraucht stamina du schon wieder alter ich bin schon wieder durch dich gestorben wirst mich verarschen recht aber ich wurde ja auch noch von hinten mit beschossen die granatwerfer du da kann doch nicht wahr sein match ist auch gleich vorbei ich bin gespannt ob es dann weiter geht oder ob man dann wieder rausgeworfen wird ich könnte mir gut vorstellen dass man rausgeworfen wird glaube ich auch dann müssen wir wieder glück haben dass wir zusammen in dem spiel das stimmt auf jeden fall aber so fürs erste match ist natürlich schon mal interessant wobei ich immer noch nicht sicher bin was ich hier mit dem ganzen kram machen soll und warum ich nicht einen down kriege ich habe null kills ich bin die ganze zeit nur opfer hier also ich muss auch sagen es wird dem spiel auf jeden fall sehr sehr gut tun wenn mehr leute das spielen würden ich glaube das wird dann sehr viel direkt dadurch gewinnen ja so weil dass man hier halt so lange unterwegs ist oder erstmal suchen muss ist halt schon ärgerlich na ja 60 sekunden noch um alle zu töten ja easy das denke ich auch machen wir uns mal auf dem weg hier keine halben sachen was ist das hier na ja sollten wir das wirklich haben ich höre euch doch sie über mir die müssen über mir sein hier der mitte da wo die rakete war sind ja 30 sekunden noch wo seid ihr denn alle das gibt es doch nicht da habe ich ihn gesehen kann hatten wir verdutet ja ich bin nicht in der hall of fame hier ja und ich bin eher eine hall of shame guck mal 16 tote bei mir lucky du klatsch für dich schon auf vierten auf die letzten 04 tode 0 kills oh man da kriegen wir auch direkt xp 148 coins bekommen 223 coins 285 xp bei mir und wir sind wieder draußen genau wir sind direkt wieder draußen aber kurze folge würde ich sagen oder ja geht halt oder wollen wir schauen dass wir die folge noch um ein match verlängern wir können es versuchen dann sie die deutsch das mal ich würde sagen wir klicken in 321 go das machen wir mal eben dann seht ihr jetzt einfach mal eben das early bieder gameplay matchmaking was da so drin ist und ja wir haben jetzt auf jeden fall auch ein paar ziele hol dir zehn kills mit der hand kann und zum beispiel kriegt man zusätzliches geld mit dem man noch nichts machen kann es gibt hier ein paar wochen customis möglichkeiten die kann man hier auch nebenbei angucken ich weiß auch gerade um ehrlich zu sein nicht ob es eventuell besser ist wenn man mit ja bei mir auch controller spielt oder mit maus und tastatur da bin ich mir noch nicht so ganz sicher du bist im selben match wie ich ich habe mit maus und tastatur ich spiele auch mit maus und tastatur deswegen ich weiß nicht was davon besser ist also könnten das natürlich auch mal mit dem controller ausprobieren das werde ich vielleicht dann in der nächsten folge dazu mal machen einfach mal um zu wissen wie das dann aussieht vielleicht kann ich damit ja besser steuern ich bin mir nicht sicher ich habe schon direkt jemanden gesehen der war gerade eben auch in den letzten match mit drinnen so leute geht mir den sack wir haben scheiß pump kann du wasser erster kill von mir gez da schön fürs blatt wenn wir auch bei klein raus zu springen könnten ich habe eingekillt jawohl den tagger geht zurück nach asgard jones ritter kill alter what the fuck da wird die folge doch noch gut ich habe ich habe gekillt also wenn man nichts richtig setzt dann ist das die ziemlich geile sache wenn man nicht auch akzeptiert wer hat ich bin gerade alle um bin ich gut jawohl ich habe auch eigentlich noch mal gekillt also es gibt zwei möglichkeiten entweder ich bin gerade echt gut oder alle anderen sind ziemlich schlecht du bist ja noch nicht mir begegnet das sehe ich jetzt auch nicht viel essentiell an ja auf 5 ok erstmal hier medikit benutzen jetzt jetzt komme ich auch so langsam mit der steuerung klar was die sachen jeweils betrifft wo was ist denn da wollte mich gerade jemand mit der bananenbombe weg machen das kannst du aber schön klick mein freund ich habe mich selbst gekillt ärgerlich jetzt treffe ich gerade niemanden mehr und was ist das denn hier wieder eine kiste erstmal schön medipack ich könnte ein bisschen energy gebrauchen ich mache mir immer eine menge selbst schaden war super ach da sehe ich dich ich meine ich bin ich da ich bin tot aber wie ist der kill und ich bin tot dann wird mal gestand ich habe 61 kills gerade das ist ja richtig awesome auf dass ich da in die rakete reinspringen ich bin so doof bin ich ein bisschen stolz auf mich gerade verbraucht knettern auf stamina ja ja hol die händler aufzug benutzen wie geil ist das denn ja den kenne ich den aufzug ja das ist ja richtig geil mit der aufzugsmucke dann dabei auch noch da waren euch noch andere leute sind ich höre hier die ganze zeit schüsse aber sehen tue ich leider mal wieder weg hier das tun wir doch jetzt nicht ja wir machen hier gerade ein geiles sprungbrett match faktor haben sie mich erwischt aber noch lebe ich ja ich brauche ein bisschen intensivieren weil ich bin gerade nicht so gut dabei ja gibt es doch nicht alter ich konnte mich wenigstens noch heilen und ich habe ihn gekillt so wie es aussieht so dann soll ich mir mal sein shit hier alles ein also langsam kommt man auch ein bisschen rein muss ich ganz ehrlich sagen also das gerade eben das war ja hier blindfold erstes match ich will die waffe endlich die waffe steht warum schießen alle auf mich und nicht auf sich gegenseitig die schweinehunde die wissen dass das gerade bei uns in aufzeichnung ist was ist das bitte zeigt mir an was das ist immer noch schütze oben also ich könnte sagen bei der rakete sind einige ok dann sind die schüsse von unten aber dass das macht keinen sinn dass ich von oben höre da muss immer an energy drink die ist schön die nehmen wir mit jawohl detacker gekillt da ist gerade jemand und fahrstuhl weg und jetzt runter da habe ich mich nicht rechtzeitig geheilt man kann sich auch im sprung und so heilen das geht ja kill abgestaubt ich schon mal wieder stolz mit das glaube ich dir das ist genau dein ding kills abgestaubt ich habe eine tagger gekillt kriege gerade so müssen und sagt das muss ich schwer oder bitten ist der check nein diesmal nicht der hinter mir hat mich gekillt der hat sich abgestaubt ich bin ja gerade noch weg gekommen ich muss hier weg nein der pump kann werde ich nichts ich brauche energie cool ich habe gerade den pack dass mein worum die ganze zeit leicht rückwärts läuft und das klingt natürlich auch geil ach so ist das ein bach oder ziehst du einfach nur in die falsche richtung ne das ist ein bug ok oh komm man gib mir energie energie drink auf jeden fall drin das ist schon mal gut ich kann aber energie gebrauchen bitte oh ich energie drink macht auch energie mit so wie es aussieht sehr sehr schön dann kann ich mich jetzt wieder ins gefecht stürzen ach der hat mir meinen kill abgestaubt der huron alter huron ich gehe jetzt hier schön auf das ganze seid ihr alle noch hier hier zum beispiel ich greife mich gerade selber an ja so nein das gibt es doch nicht als ob du mich da kriegen kannst ich mache mich gleich selber nein wie er hier zweikampfe nein gewonnen das gibt es doch nicht skill setzt sich halt durch also skill setzt sich durch das sehe ich ganz genau so wenn ich meine skill reihe hier sehe kann doch wohl nicht wahr sein kann doch wohl nicht wahr sein komm mal herr du wirst was ist das denn hier du willst mich verarschen jetzt sie weg bis jawohl noch mal zwei leidige kelt 10 sekunden noch ja ja eigentlich habe ich gewonnen ich habe mir schaden gemacht wir haben gleich viele kills aber das wäre ich ich habe weniger ich bin zweimal gestorben in der ganzen reihe feige ausgewichen bist du ja ja genau so könnte man das natürlich aussehen ist auf jeden fall sehr sehr durchwachsen gewesen und wir waren uns durchaus ebenwürdig würde ich auf jeden fall sagen ich bin seltener gestorben jedenfalls neue sachen dazu bekommen hüte irgendwelche schweißbänder haben wir noch bekommen wir können ja mal eben hier bei dem wurm reingucken da guck mal stil bei stil habe ich jetzt was neues mit drin und what the fuck green dinosaur ne ok kopfbedeckung da sind ein paar stirnbänder mit dazu gekommen cappy und so weiter und so fort und da sind sie die neuen rote stirnband beanie in orange und gelb und eine umgedrehtes geometrie cappy ja genau die habe ich auch 500 coins ausgeben die anderen die sind schon im vorfeld freigeschaltet aber das ist auf jeden fall nicht schlecht siehste haben wir sogar noch was gerissen hier zum ende der folge sehr schön aber an dieser stelle wollen wir das ganze auch beenden diese folge ist damit zu ende und wir sagen vielen lieben dank fürs zusehen schaltet auch gerne beim nächsten mal wieder ein schaut gerne bei beiden kanälen rein unterstützt uns und wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein ciao